moin moin meine lieben zocker freunde ich darf euch herzlich begrüßen zum ksd stl contest meine lieben zocker freunde denkt ihr was redet denn der für ein buchstabensalat ja es dreht sich um truck simulator und es dreht sich um comics sucht die super truck lackierung es ist nämlich gar nicht mehr so einfach denn jetzt mit dem neuen dlc ist es so dass wir das auf den großen trailer großen trucks mit den vierer mit den vierachsern nicht mehr jede lackierung passt deswegen möchte ich euch bitten und ihr seid dazu aufgerufen sozusagen in die lackierung auszusuchen es gibt ja nicht mehr ganz so viele wenn man jetzt sich den großen truck sucht ab level 16 kann man den fahren wäre das ganz gut wenn ihr für uns mit aussucht eine lackierung natürlich nur wenn ihr wollen alles freiwillige basis schöne farb zusammenstellung vielleicht auch einfach simple farben oder die vorgegebenen lackierung die es da gibt es gibt ja die passend zu den profil bildern glaube ich ist das oder zu den firmen bildern die es gibt wenn man ets2 startet deswegen hier der aufruf sucht eine schöne farbe raus schöne farben dazu kräftige farben oder auch vielleicht nicht ganz so kräftig treffen also vorstellen ihr dürft ihr alle vorstellen wir machen ein ets2 trucker treffen hier in amsterdam bin ich in amsterdam am hafen ihr seht ihr hier das hafengelände riesig groß hier machen wir ein trucker treffen trucker treffen trucker treffen und zwar am sonntag abend bevor wir den ats im konvoi fahren wir wollen sonntag abend den ats im konvoi fahren dazu mache ich noch eine extra einladung oder ankündigung ich möchte euch aber bitten mit uns zusammen eine schöne lackierung zu finden für unsere kamix lackierung denn irgendwann in ferner zukunft vielleicht auch in naher zukunft wird es kamix logistik geben und dann können wir alle zusammen für eine firma fahren mit derselben lackierung und das sieht mit sicherheit richtig geil aus und passt auch zu dem was ich mir noch als idee vorgelegt überlegt habe also vorstellen könnt ihr eure lackierung am sonntagabend ab 19 uhr 30 ist hier treffen 20 uhr bin ich dann auch spätestens da und dann wird auch der stream an sein auf twitch tv kante zockt und noch mal in der video beschreibung als link ihr könnt auch gerne auf discord die bilder im bilder channel posten dazu die discord link findet ihr in der video beschreibung der kanalschau ansonsten freue ich mich auf eure ideen ich bin gespannt was sie alles zusammen tragt und vielleicht wenn alles klappt mal gucken vielleicht verlosen wir dann noch was wir schauen mal für den gewinner natürlich aber ich habe das schwer dass dlc kann ich leider nicht als dlc oder als kiefer schenken denn den finde ich nirgendwo als key gut also sehen wir uns am sonntagabend 19 uhr 30 server eu3 in ich zeige es euch noch mal auf der karte hier ist amsterdam fahrt ihr einmal raus ihr an neuen hoch einmal hier zum hafen und dort treffen uns alle ich finde das absolut mega wie wir im moment aufgestellt sind wir sind am sonntag jetzt gerade erst wieder mit 27 truckern gefahren das ist absolut klasse und wie das klappt macht richtig richtig spaß wir haben noch großes vor deswegen wollen wir uns natürlich auch auf diese große aktion die wir vorhaben uns vorbereiten und auch da könnt ihr alle mit wirken ich bedanke mich fürs zuschauen und freue mich auf eure entwürfe gebt euch mühe es wird cool bis dann euer kante tschüss